Hallo, mein Name ist Garnel Sastre. Ich bin ein Energieheiler. Ich möchte dir erklären, wie Schmerzen durch energetische Heilung beseitigt werden können. Die Schmerzen können mit einer oder mehreren Sitzungen verringert oder sogar beseitigt werden, ja nachdem, wie lange du das Problem hast und wie stark das Problem in deinen Chakren und deinem Energiefeld ausgeprägt ist. Ich beseitige den Schmerz, indem ich zur Wurzel des Problems gehe, die Blockade reinige und den normalen Energiefluss erlaube. Schmerz tritt auf, wenn die Energie blockiert ist oder so schnell fließt. Wenn das passiert, bringe ich es wieder ins Gleichgewicht, bereinige alle emotionalen oder mentalen Probleme, die den richtigen Energiefluss blockieren könnten. Sobald ich diese Bereiche reinigte und die Person auf das Problem aufmerksam gemacht habe, das ist sehr wichtig. Ich projiziere mit meinen Händen eine bestimmte Wellenlang oder Frequenz, kombiniert mit den anderen Elementen, die ich in meiner Heilmethode verwende. Heilmethode Chakra Aura, um die Chakren zu energetizieren und zu reparieren. In der Regel verspürt die Person in wenigen Minuten eine Schmerzlinderung, die in der ersten oder folgenden Sitzung auch ganz verschwinden kann. Energetisches Heilen funktioniert auf die gleiche Weise von Angesicht zu Angesicht wie aus der Ferne. In einem weiteren Video werde ich erklären, warum es genauso funktioniert wie von Angesicht zu Angesicht. Ich habe einige Erfahrungsberichte auf meiner Webseite, falls du sie besuchen möchtest. Wenn du Energieheilungssitzung aus der Ferne ausprobieren oder Energieheilung über Skype lernen möchtest, kannst du mich über E-Mail unter karmelsastre.gmail.com oder über WhatsApp 0034649548321 kontaktieren. Meine Webseite www.auranchakrachealing.com Bis bald!